Da sind jetzt schon Zecken Viecher Oi, was geht ab, Leute, Junge? Kurze Unterbrechung von Farmen Für einen 100% von Kanu Alles wegen ihm hier Wieso wegen mir? Ich hab noch keinen 100er Ich weiß, ich zieh dich immer runter, aber egal Für dich, das geht schon Das ist nicht so tief Man kann rüberspringen Man kann sogar drüber gehen Die Frage ist halt, wie kommst du wieder hoch? Alter Arnd, spring rüber Arnd, komm ein, dann komm ich auch hinterher Arnd, springt Leute Mein Gott Alter Mann Alter Auf gehts Mein Gott Mit Zigarette 1 Euro Mein Gott, ich bin gesprungen Schaut euch meine Schuhe an Scheiße Alles wegen dir, Mann Alles wegen dir, Mann Unser Navigator kommt nicht mehr Filme mal den leidenden Dennis Leute Aber, ne Ist es hier? Zeig nur das Ding In der Nähe, ja, ja Ah, sehr gut, dann kann es ja nicht sein Mein Gott Ja, der Navigator ist noch nicht da Ja, ohne ihn finden wir es nicht Er ist die Ante, der die Möcke hat Nein, 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 der fehlt runter Du wirst ja wieder zurückkommen, Jungs Ihr seht das glaube ich nicht, aber Der Navigator ist zurückgeblieben Und baut eine Brücke für uns Für den Heimweg Und weil er sich nicht drüber traut Doch, doch, er schafft es schon Er schafft es Er schafft es Er schafft es schon Ihr macht es schon, ich muss kurz das schreiben Hier Ja, wir sind erst hier Was passiert hier? Wir sind noch 20 Meter weg Ich schwöre, gleich kommt ein Bär aus dem Wald Alter Mann, hör auf, Mann Ich schwöre Guck euch Ich gönne Da vorne war ein Schild, gell Mein Gott Wir müssen doch da fort, da ist ein Weg anscheinend Wo ist dein Weg? Das ist hier angezeichnet, Mann Hier ist Safari zu uns Ja stimmt, hier ist echt Pipi Was ist hier Pipi? Pipi, Mann Du brauchst doch Bonbons Ah Ja, klar, da ist gut Wer riecht mit dir? Ja tatsächlich, Mann Aber hier zeigt das halt gar nicht mehr an Wieder weg Wir sind fortzunehmen, Mann Alter Mann, wir sind so gut im Oberwald, Mann Leute Das ist hier Ey, ey ey, ey Da hab ich jetzt deinen Pipi Das hab ich schon gefangen Jetzt wieder auf Platz 1 Aber wir müssen näher kommen Wir müssen nach links rücken, aber wir müssen erst mal auf den Weg. Ah, und dann nach links. Hier, da, das ist der Weg, schau. Nicht links, nur drauf. Links, links. Nein, links, mein rechts. Und das Vokal jetzt einem flüchtet, Mann. Ja. Ne, egal, ich schmeiß die Gold nicht drauf. Und dann 1 Euro noch geben, dann. Meine Schuhe hat schon. Ich meine nicht, die sind wieder sauber durch das ganze Gras. Wie sauber? Wie war es denn sauber? Ja, durch das Gras, durch das wir gerade gegangen sind. Die haben auch kein Logo durch. Was muss der 100%ige haben? Von Evoli. Ich glaube 5,4,6 oder so. 5,5 nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das Vokal aus 7,3. 7,3 nicht. Ich habe 8,3. Nein, pack gleich drauf an. Nein, pack gleich drauf an. Ja, Mann, hier fällt was rum. Alter, wie lange noch, ey? Noch 110 Meter. Im Auto waren es 130 Meter. Ja, im Auto sind wir zum Punkt waren 130 Meter. Ja, ich habe gesagt, es ist in der Bahn. Ja, Robert, wir hätten schon mit dem Auto reinfallen können. Oh, das Plus reagiert. Oh, nein. Ein Muschus. Ja, ein Muschus. Ja, vom Fluss. Ja, schau dir ein Gacha aus. Ja, Mann. 80 Meter. Ich glaube, da vorne noch ein Fluss. Wir sollten eventuell auch den Weg zurück gehen. Ich weiß nicht, ob der Baumstamm noch weit ist. Das war, wenn wir jetzt hier alle dann kein Netz haben, Mama. Ich habe echt mal ein Fluss, oh mein Gott. Da vorne geht es nicht mehr weiter. Nee, oder? Ey. Wir sind noch 40 Meter. Ja? Was? Oli, da haben wir ein Schwein. Da vorne kommt ein 20 Meter Zaun, Alter. Ist es hier noch vor dem Zaun? Es ist hier, ja. Da haben wir Glück, Mann. Mein Gott, mir wird nichts angezeigt. Mir auch nicht, Mann. Scheiße. Warte noch mal. Ja, da ist es. Zack. Großartig. Alles für den hier. Ja, Mann. Alles für den. Und drin ist er. Mitten auf der Bumpe, Alter. Hünder das. Alter, ich habe schlecht gebaut. Gott, sehr lange. Ja, erste Ruf. Ja. Zack, entwickeln. Schon gemacht? Nicht jetzt. Doch. Der wird Max gepusht. Der wird gleich. Der wird Max gepusht. Und? Hp, Tag, Defense. Alles klar. Danke an Amir. Shoutout an Amir. Danke an Amir. Es tut mir leid, dass wir ohne Erlaubnis hier in deinem Gebiet sind. Ja, Mann. Dennis sei Dank. Genau. Ich sehe schon. Am Montag. Dennis ist raus. Dennis wurde entfernt. Wir haben Werbung gemacht, schwöre. Mert, Mann. Leute mit den Wolz. Zahlen in die Aubinger Gruppe dann. Genau. Da kommen schon gute Sachen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es gibt wenige Wochen. Wolltest du mitmachen? Ja. Kommt aber her. Du brauchst Hilfe. Du wolltest mitmachen. Du wolltest mitmachen. Du wolltest mitmachen. Du wolltest mitmachen. Dein W booster. Mein Weg. icki Bruch. Hingback mob starting. Barsapguide. Mann. 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 Bis zum nächsten Mal. So, eine kleine Wette, ihr wisst, wir lieben auch Animes, es geht um One Piece, eine bestimmte Szene. Erzähl erstmal die Szene und die Wette, man wartet doch, oh mein Gott. Es geht darum, dass White Bitch beim Sterben sein letzter Satz sagt, wo das One Piece existiert. Und ich sag, dass Schengok sagt, du Bastard. Und er sagt, er sagt zu dem Hund. Du Hund, genau. Meine Zeit ist gekommen. Doch ich habe noch eine Botschaft, die viele auf der Grand Line interessieren wird. Ich hatte nie die Absicht, mich auf die Suche der Nacht zu vermitteln. Kann schon fortschulen. Ich schmue noch ein bisschen vor. Sieht gar nicht. Das One Piece existiert. Was sagt das Schengok hier in dem Video? Ja, jetzt sagt das. Oh mein Gott. Warte, warte, Mann. Ja, was soll ich machen? Ja, schau. Du ziehst den Hund. Genau das falsche Video. Genau davor abgebrochen. Ich weiß nicht, was du gestern angeschaut hast. So, das war echt ein verrückter Tag. Klasse Abenteuer mit dem Fucano. Echt zu verrückt. Keine Ahnung, wieso wir da hingegangen sind. Kogai wollte unbedingt. Der hatte noch keinen. Aber farbtechnisch haben wir auf jeden Fall nachgelassen. Das war kein Vergleich zu Samstag. Weniger gegangen, weniger gebrütet. Mehr Pausen. Später gekommen, früher gegangen. Aber das Event geht noch lange. Man soll seine Kräfte schonen und aufteilen. Ich habe die 6 Millionen EP geknackt. Nicht EP. Ich habe die 6 Millionen Staub geknackt. Moment, ich mache mal einen Screenshot für euch. Den blende ich jetzt gleich an. So, 6,1 sogar fast. Das sind, wie fertig denn am Tag davor? 5,9 glaube ich. Ja, um die 200.000. Erster Tag 300.000. Freitag, also, Freitag war das, oder? Ja, Freitagabend gar nichts. Dann Samstag um die 300.000. Und gestern um die 200.000. Ist schon nicht schlecht dafür, dass wir echt geschwächelt haben. Kaum gegangen sind und so. Und viele Pausen. Also, bin zufrieden. Ich habe einen Konkurrenten. Den habe ich gestern im Video kurz erwähnt. Das ist der Bertl. Schaut da an dich, Bertl. Der hat, ist mit 6,6 ins Event gestartet. Hat jetzt ungefähr gestern Abend 6,9 gemacht. Also, er ist 800.000 vor mir. Ich habe 200.000 aufgeholt. Ich versuche die Woche, also mein Ziel, ist erst mal auf die 7 Millionen zu kommen. Oder drüber. Und Bertl zu überholen. Also, schauen wir mal, ob das funktioniert. Ansonsten, wir haben viel gechillt. Ein paar chillige Runden gedreht. Viel diskutiert währenddessen. Wie zum Beispiel das mit One Piece. Ich habe die Folge jetzt gesucht. Und ungelogen. Ich bin wieder irgendwo versunken. Weil One Piece zu klasse ist. Dann habe ich mir wieder irgendwelche Clips angeschaut. Shanks stoppt den Krieg und so. Und Arkano vs. Whitebeard und was weiß ich. Also, ihr wisst es. Wenn man da einmal draufklickt, dann ist man wieder ernstlang weg. Aber die eine Szene habe ich nicht gefunden. Falls ihr das wisst. Oder den Link habt. Unten in die Kommentare. Dann können wir die Wette auflösen. Ansonsten könnt ihr auch unten in die Kommentare schreiben, welche Animes ihr verfolgt. Mögt ihr One Piece. Oder andere Animes. Wir sind auf jeden Fall Großanime-Fans. Und haben wie gesagt. 6 Millionen Sternenstopp geknackt. Saftiges 100% Vulkaner geholt. Ein Rate gemacht. Dann habe ich sogar. Erster Ball. Mit Gelber Berge gefangen. Leider die Szene davor abgebrochen. Ist ja echt geil fürs Video gewesen. Ansonsten geht es heute wieder weiter. Aber auf jeden Fall viel, viel später. 15, 16 Uhr erst. Und auch nur bis 10 Uhr oder so. Aber wir werden weiter grinden. Schreibt unten in die Kommentare. Wie ihr das Event bisher fandet. Und wie viel ihr gegrindet habt. Und natürlich auch One Piece Anime-mäßig. Was da abgeht bei euch. Und ansonsten wir mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen wie es ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Und vergesst nicht. Pokémon ist dir das Business.